Jo, was geht an meine LFIs? LFTV ist back mit einem neuen Video. Jawoll! Street Parade, Bruder! Wir sind an der Street Parade. Film mal die Location, wie viele Menschen hier sind, Bruder. Über 3 Millionen Menschen sind angekündigt. Es gibt halt Tag durchlaufen, Bruder. Es wird angekündigt, Warnung vor Affenpocken, Warnung von Spiking, von allem Möglichen. Deswegen, Leute, wir haben Wasserpistole dabei, weil Safety First. Ihr wisst Bescheid. Leute, wir laufen einfach zu Menschen. Machen wir nicht Faxen. Let's go, Yalla! Where are you from, guys? Where are you from? We're from England. England. Okay. We in Germany say you are Jigos. Jigos? Grinkos? No, Jigo. What's your body count? Ah, 1. 50? 50, yeah. 50? Woah, you're a Jigo, huh? What about you? Just one, I'm a great guy. Yes, that's how it should be. Trust. Okay, what's yours? What's yours? Zero. Are you a TikToker? Yeah, yeah. No, no, YouTuber. What's your YouTube channel? LFTV. LFTV. Oh, we'll follow you after. Anyways. Can you say? Abonnee LFTV. Wait, one more time. Say in Wales you have to get abonnement. You know what I'm saying? What? Wait, say it one more time, my brother. You're speaking gibberish to me. Bro, sir. 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 Wait, what's your YouTube channel called? LFTV. LFTV. Subscribe LFTV. Subscribe to LFTV. I love TV. I have a great time, my man. Hey, don't take drugs, huh? No, no. Hello? 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 Come here. From where are you? Neuchâtel. Neuchâtel. You speak French? Yeah, I speak French. Can you speak German? A little bit. A little bit. What's your body count? Oh, fuck those questions, man. Where are you from? I come from Thailand. Hello? 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 Where do you come from? I am from France. France? Yes. France was three years ago. Yes. Hello? 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 How are you? How are you? I like... I like Thailand. Very good, very nice. I like France very much. Yes, yes, very much. Bye bye. Bye. Ciao. 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 Nehmt ihr Drogen? Ja. Was denn für Drogen? Seh nicht. Was nehmst du für Drogen? Amphetamine. Wirklich? Ja. Warum? Das ist aber nicht gut. Ich weiß. Ich kann auch Spaß haben ohne viel Drogen. Ich trinke nur Alkohol. Und warum Alkohol? Weil so viele Menschen mich unsicher machen und ich dadurch ein bisschen lockerer werde. Okay, wenn du locker bist. Was ist dein Body Count? Mein Body Count? Ja. Das geht dich gar nicht an, oder? Wow. Sorry, aber du kommst aus der Generation Justin. Justin? Ja, Justin was? Justin Bieber. Ja genau, Generation Alien. Du hast mich noch nicht zu fragen, Junge. Und bei dir? Das zähle ich nicht. So viele. Hehehehe. Was ne Kappa. Ich bin aus der Karibäne. Ist das echt? Ja, aber... Wow, 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 wow. 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 Ist das echt? Ja, aber es hat nur einen Schuss. Ja, ja. Du lacht. Du lacht. Hast du Drogen? Nein, natürlich nicht. Bist du Johnny Depp, Bro? Ich bin Johnny Depp. Er hat Amber Hart in den Arsch gefickt. Von wo bist du? Schweiz, Bern. 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 Bern, ja. Nimmst du Drogen? Drogen? Nein, keine Drogen. Das ist Haram. 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 Nicht gut ist er. Haram. Haram. Was machst du hier? Willst du die eine oder andere Chaya, Bruder? Bruder, hüt. Alles was läuft, ich will. Ich will, Bruder. Sagst du Loch ist Loch? Loch ist Loch. Das ist Haram. Von wo bist du? Türkei? Nein, nein, Marokko. 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 Salamu alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haram. Bist du vom Bausteller? Ja. Machst du noch eine Baumaschine? Ja. Jetzt kommt jetzt ein Bauauftrag, weißt du? Hast du Bauauftrag? Ja. Ja. Das ist meine Lieblingsmitarbeiterin. Sind wir zusammen? Hallo. Was ist das? Ein Messgerät. Messgerät für seinen Penis, oder? Ja, ja. 30 cm. Da brauchst du weniger. Au, au, aua. Was geht ab, Jigo? Ja, was geht ab? Ja, was geht ab? Nehm dir Drogen, Jungs. Sag dir ehrlich, Schande aufs Herz. Ja, klar, natürlich. Was nehmt du für Drogen? Koks. Was haltet ihr von den Chayas heute? Absolut geil. Absolut. 10 von 10. Sagt du heute Loch ist Loch, oder was? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Schwierig. Schwierig. Denkst du heute wirst du die ein oder andere packen, mein Bruder? Man muss safe, safe. Ja, Raffel, Raffel mach ich dann. Was hast du? Das ist Haram. Besten Armachsprung. Ja. Ja, was gibt es da? Ja, zum Beispiel. Kommt sie, sagst du, hast Bock, so kommst du mit und sie sagt, ich hab einen Freund. Ja. Dann sagst du, ja, ich hab auch im Fernsehen zu Hause, aber ich geh ins Kino. Hast du heute schon eine Chaya gepackt, Bruder? Nein, nein, heute noch nicht. Was bist du für ein Lanzmann? Marokko, aber adoptiert, Schweizer. Marokko? Ja, ja. Er ist auch adoptiert, Bruder. Wir feiern, saufen. Feiern, saufen. Nehmt auch Kuchen, Bruder. Ja, immer, immer. Und ihr nicht? Nein, nein, ein bisschen clean. Was ist dein Bodycount? 5 AG, wenn keine Dichterheit. Aber was ist dein Bodycount? Nein. Das sieht niemand, das sieht niemand. 50 plus. 5 AG, wenn keine Dichterheit. Homo oder hetero? Homo. Wie heißt das Bodycount? Äh, Auto, Bodycount. Was ist das Auto? Bodycount! Was ist das? Wie viele? Du fucky, fucky. Fucky, fucky. Oh. Wow, wow, wow. Du siehst aus wie Jesus. Danke. Was ist dein bester Anmachspruch, den du raushauen kannst? Ich hab ins Bett geschissen, kann ich bei dir schlafen? Und dann, was sagen die Frauen? Ja. Nur mit Kaotropfen. Und dann immer. Immer mit Kaotropfen. Immer und dann... Hello. Where are you from? Hey, it's the camera. I'm from Lausanne. Lausanne, do you speak German? Ambition, yeah. What's your bodycount? My bodycount is 200. 200? Yes, smaller. Fuckboy, fuckboy. A bit. No, 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 no. Ah, 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 ah. No, no, no. Somebody come, brother. Ah, I'm sorry. Hello. Ah, hello. Sadatipon Family Guy. This is a... Voda, Voda, Voda. Aqua. Ah, fuck you. Fuck you, sagt David. These are fast. Hi. Where are you from? I'm from Slovakia. Slovakia? Yes. Yes. What do you do here? I hear a street parade. Dance, 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 dance. Oh, 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 oh. Pikachu! What's your bodycount, brother? What? Your bodycount. Good question, like... Seven? Immer dein besten Anmachspruch. Ah, ich bin nicht gut bei solchen Sachen. Ist egal. Ich gehe auf die Stage, like... Ich kann so eine Frau tanzen und dann sind sie halt so... Mmh, will ich auch gut die Haare. Look, das auch. Bist du Gärtnerin? Nein. Und dann sagt sie so, ja oder nein. Dann sage ich so, weil du bringst meine Gurke zum Wachsen. Das klappt bei dir. Nein. Ich habe einen guten Body, schau dir den da an. Wow, mach mal Posing, mach mal Posing. Ich habe nur Posing, mach mal Posing. Ja! Wow! Ja! Ich liebe die Haare. Wie geht's, Mike? Hallo! Wie geht's, wie geht's? Du sprecht französisch? Ja, nehmach. Du sprecht Allemann. Ein bisschen und sowieso, so. Ein bisschen und sowieso. Meine... meine Kuh sind nicht... Du weißt. Was machen die Frauen? Ich bin... ich mache die... die fette. Was ist dein Bodycount? 200... 200? Ich denke... Hey, komm mal, komm mal. Was ist dein Bodycount? Oder... Das ist Haram. Ah, ich habe einen Arschloch... Gefickt. Ich habe fummiert. Sie ist im Spital gelandet. Ja. Weil du sie... Ich war zu... Aggressiv? Ja, klar. Das ist Haram. Weg, weg. SOS, Bruder. SOS ist ein Ladyboy. Abbruch. So, Leute. Das war's jetzt mit dem Video. Es hat zu viele Menschen. Wir müssen das Video abbrechen. Es ist zu viel los. Wir können nichts mehr machen. Ich werde es einfach mal sagen. Ich verabschiede mich. Ich bringe jetzt runter.